Liebe YouTuber, wir sind beim Quikmik, der zeigt uns Österreich. Quikmik, Christian. Ich zeige euch nur eine Bundesstraße. Und hier ist BF Gunz, der Quotendeutsche. Der einfach einen Gizofil hat. Der Marafrik. Ich glaube, das wird kein viraler Hit. Nee, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Zwei Millionen Klicks. Außer Fabian erklärt uns endlich mal, warum ein Gizofil hat. Ich glaube, das steht für G, ne? Ja, das ist die einzige Erklärung, die wir jetzt gefunden haben. Ja, passt. Ah, ja. Ich habe aber schon einen viralen Hit. Mein eigenes Video hat schon immer 6 Millionen Klicks. Nein, was? Mein HW40 Video hat schon immer 6 Millionen Klicks. Ich habe mich ihm gegeben. Das war meine HW40. Das ist echt der absolute Wahnsinn. So eine Kackknarre. Ja. Und dann war die noch von mir. Ja. Und danach hat er die verkauft für mich. Ja. Hallo. Hier ist der Marafrik. Ich bin in Österreich. Beim Christian. Und wir sind hier in der Schießhalle. Und ich habe das Vergnügen, wieder mit einer CZ-75 zu schießen. Die Shadow 2. Die. Wo will ich das denn machen? Das ist ja meine schlecht. So schließen. Oder du möchtest das Geräusch. Rückseite auf mich. Echste Hand. Sicher putzen. Gehült, ey. Dann mach ruhig. BAM. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 10. 12. Where do you have it? 14. 15. 16. sven. 16. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 21. 20. 22. Das ist der Schmerz. Das macht Spaß. Ich habe das Vergnügen mit der Glock 17 schießen zu dürfen. Neun Millimeter. Schauen wir mal, ob ich damit klar komme. Oh, voll daneben. Nichts getroffen. Alter, was soll das denn? Ich komme mit der Glock nicht klar. Nichts getroffen. Du bist zu tief wie jeden in den Zahn. Ja, der zieht den Abzug zu stark. Jetzt hat er. Jetzt ist er drauf. Ja, viel besser. Ja. Jupp, jetzt ist er. Und leer. Blup. Gut. Nee, ist nicht meins. Die 45er Taurus. Was ist das von Hersteller Fabian? Taurus. Ja. Welches Land? Brasilien. Brasilien? Ja. Ist eine Sonderedition, ne? Kann sein. Doch, hatte Christian ja eben gesagt, der hat die ein bisschen aufgepimpt. Okay. Fette Torpedos. Das sind schon Hammerdinger. Wenn man eine 22 gleich neben hält. Ja. Neun Millimeter. Neun Millimeter. Neun Millimeter. Ja. Das ist ein Brocken. Was hat die für ein Abzug, Fabian? Aha. Okay. Alter. Achso. Muss man das jedes Mal, okay? Ja. Zwei daneben. Noch ein Foto. Jetzt klappt das gar nicht. Einer auf der Scheibe. Ganz links. Huben links. Ja. Einer auf der Scheibe. Wieder oben links. Oben mittig. Und leer. Und aus. Das kann doch nicht. Kann ich denn nur mit einem CZ schießen oder was? Ne, das muss gelernt sein. Das war nicht das letzte Mal. Das war nicht das letzte Mal. Okay, mal. Ernst. Was? Ne. Oh, voll kapiert. Hammer. Nor Cec, da leben mich nicht zu beutetem. Es geht im Moment mal auf einem Clinic, also einuluses Slawin.